So Leute, es gibt ziemlich viele Leute, die sich gerade fragen, ob wir für Bitcoin in diesem Zyklus schon am Top angekommen sind, ob sie verkaufen sollen, um später günstiger nachzukaufen, oder aber ob der jüngste Downtrend, den wir gehabt haben, einfach nur eine gute Kaufgelegenheit gewesen ist. Das sind alles gute Fragen, die man sich stellen sollte und genau deshalb werde ich euch heute einige ziemlich wichtige Daten- und Makrotrends zeigen, die sich gerade umkehren und uns einen Hinweis darauf geben, dass der Kryptomarkt sich eben von den Downtrends erholen wird und vor allem auch gegen Ende des Jahres eine starke Performance zeigt. Natürlich ist es immer entscheidend, ein gutes Risikomanagement zu haben und seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber wenn ihr das gesehen habt, was ich euch gleich zeigen werde, glaube ich, dass ihr wahrscheinlich versteht, warum ich absolut kein Problem damit habe, meine ganzen Long-Positionen zu halten. Doch bevor wir damit loslegen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses und auch keine anderen auf den Kanal verpassen werdet. So, der vielleicht wichtigste Makro-Faktor, auf dem sowohl die Krypto- als auch die traditionellen Märkte achten, das ist die Frage, wann die FED die Zinsen senken wird. Derzeit gehen die Zins-Futures von einer ersten Zinssenkung auf der FOMC-Sitzung im September und einer zweiten Zinssenkung im Diptember aus. Während Paul und andere FED-Vertreter zwar immer wieder betonen, dass sie ihre Entscheidung, ja, von den neuen Daten abhängig machen, haben sie trotzdem schon so viel optimistische Erklärung abgegeben, nachdem die Daten für Mai und Juni einige Anzeichen gezeigt haben, dass die Inflation zurückgeht. Paul hat auf jeden Fall diese Woche festgestellt, dass die Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt und die spürbare Abschwächung der Inflation, dass das alles Signale dafür sein könnten, dass die Zinssenkungen kurz bevorstehen. Und dabei kommt es jetzt nicht auf das genaue Datum der ersten Zinssenkung an, sondern vielmehr auf das Gesamtbild des Übergangs von einer strafferen Geldpolitik der Zentralbanken zu einer lockeren Geldpolitik. Wir haben diesen Wandel bereits bei einigen anderen Zentralbanken auf der ganzen Welt beobachten können, die zum ersten Mal die Zinsen gesenkt haben und es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis auch die FED genau dasselbe machen wird. Bevor wir jetzt allerdings weitermachen und über diese ganzen bullischen, superbullischen Gründe sprechen, warum ich denke, dass wir immer noch in einem Bullenmarkt sind, da gibt es noch eine andere Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das unser Partner Margex. Die haben nämlich einen richtig, richtig schönen Airdrop. Und zwar einfach nur, wenn ihr tradet. Alleine dafür könnt ihr einen Airdrop bekommen, der in der Zukunft irgendwann mal richtig viel Geld wert sein könnte. Margex bietet nämlich einen 5 Millionen Dollar Airdrop von Hamster an, dem Token für das beliebte Hamster Combat Spiel auf Telegram. Der Airdrop ist mega einfach. Alles, was ihr braucht, ist ein Konto auf Margex, um loszulegen. Wenn ihr noch kein Konto habt, dann könnt ihr selbstverständlich meinen Referral-Link unten in der Videobeschreibung benutzen, um es einzustellen. Ziemlich schnell und einfach und ihr braucht auch keinen KYC. Sobald ihr einen Margex-Account habt, müsst ihr einfach nur noch traden, so wie ihr es normalerweise machen würdet. Und während ihr das macht, könnt ihr dann auch noch das nette Trading Terminal ausprobieren, das, was ihr hier gerade sehen könnt. Dann, wenn die Airdrop-Kampagne am 14. Juli endet, könnt ihr eure Premium einfordern. Und jeder, der während der Kampagne tradet, dem wird eine Zuteilung garantiert. Und diese Zuteilung kann von bis zu 5.000 Dollar pro Benutzer betragen, wobei ein höheres Trading-Volumen natürlich mehr Token einbringen wird. Das ist ein mega Angebot, wenn ihr einfach nur einige Bonusprämien für euer übliches Trading haben möchtet. Also wenn ihr die Gelegenheit nutzen wollt, dann macht das so schnell wie möglich, da, wie gesagt, die Kampagne am 14. Juli schon enden wird. Also ja, an dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an Margex, um euch diese richtig gute Gelegenheit bereitzustellen. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal weitermachen. Und wir sprechen jetzt über einen richtig schönen bullischen Katalysator, über den nicht mal so viele Leute sprechen. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir FTX-Gläubige haben, die rund 16 Millionen Dollar, nee, sorry, Milliarden Dollar an Barausschüttung erhalten werden, also in Cash. Die werden später in diesem Jahr erwartet. Analysten prognostizieren, dass ein erheblicher Teil der FTX-Gläubige einen Teil ihrer Auszahlung verwenden werden, um die wieder in Krypto zu investieren. Und wenn man mal darüber nachdenkt, macht das auch einfach mega viel Sinn. Viele FTX-Benutzer, insbesondere die Nutzer, die erhebliche Beträge auf der Plattform gehabt haben, waren Kryptonatives, die wahrscheinlich durch diesen Bullenmarkt geblieben sind und ja, die das zusätzliche Geld dafür verwenden können, um in die Märkte zu investieren. Und nur mal zum Vergleich. Der Spot Bitcoin ETF, die haben Nettozuflüsse von insgesamt rund 15 Milliarden Dollar verzeichnet. Selbst wenn gerade mal ein Bruchteil der FTX-Ausschüttung wieder in Krypto zurückinvestiert werden sollten, dann könnte das zu einem richtig großen Kaufdruck von mehreren Milliarden Dollar kommen, was natürlich einen großen Effekt haben könnte. Vor allem, wenn einiges davon in Altcoins fließen wird, weil Altcoins natürlich viel weniger Geld als Bitcoin benötigen, um die Preise nach oben zu bewegen. Ein weiterer neuer Kurs von Kapital zu flüssen in die Kryptomärkte, der schon in den nächsten zwei Wochen kommen wird, das sind die Spot Ethereum ETFs. Derzeit gehen die Analysten davon aus, dass das Traden um den 18. Juli herum beginnen wird. Das genaue Datum ist allerdings auch gar nicht so wichtig. Was allerdings wichtig ist, ist, dass sobald diese ETFs live sind, dann wird das Geld von Treadfire in Ethereum fließen können. Genauso wie bei den Bitcoin-Spot-ETFs will ich auch darauf hinweisen, dass man die kurzfristigen Auswirkungen dieser ETFs auf keinen Fall überschätzen sollte, aber noch weniger die langfristigen Auswirkungen unterschätzen sollte. Wenn BlackRock, Fidelity und einige der anderen einflussreichsten Unternehmen des traditionellen Finanzsystems der Meinung sind, dass etwas Potenzial hat und sie sich die Zeit nehmen, die SEC davon zu überzeugen, diese Produkte aufzulegen, dann ist es im Allgemeinen eine gute Idee, das nicht zu vernachlässigen. Wenn wir uns jetzt mal die historische Performance von Bitcoin anschauen, hat das vierte Quartal bei Weitem die besten Renditen mit einem Durchschnitt von 88% und einem Medien von 56%. Im Gegensatz dazu weist das dritte Quartal, in dem wir gerade sind, die schlechtesten historischen Renditen auf. Wenn man die Daten mal so nimmt, wie sie sind, dann kann man sehen, dass in der Vergangenheit immer eine gute Strategie gewesen ist, im dritten Quartal die Dips zu kaufen und dann im vierten Quartal Gewinne mitzunehmen. Es gibt allerdings noch eine weitere Sache, die man beachten sollte und zwar hat es was mit den US-Wahlen zu tun. Während Bitcoin und die traditionellen Märkte in letzter Zeit eine gewisse Dekorrelation aufweisen, hat Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder eine Rekorrelation gezeigt. Das bedeutet, ich würde sagen, es ist wichtig, dass man nicht ignoriert, was die traditionellen Märkte machen. In US-Wahljahren wie diesen erlebt der S&P 500 in der Regel erst einen Pullback und zwar vor der Wahl, der auf eine gewisse Unsicherheit zurückzuführen ist und dann gibt es einen durchschnittlichen Pump von 9,5% nach der Wahl bis zum Ende des Jahres. Eine der größten Quellen der Angst im Kryptomarkt in Bezug auf Bitcoin, das war ja in letzter Zeit tatsächlich der Verkauf von Bitcoin durch die deutsche Regierung und auch die Erwartung, dass Bitcoin an die Gläubiger von Mt. Gox verteilt werden und dass das einen riesen Einbruch verursachen wird. Was jetzt die deutschen Verkäufe angeht, so werden die nicht mehr lange relevant sein, weil die bereits einen beträchtlichen Teil der von ihnen erhaltenen Bitcoin verkauft haben und wenn die in diesem Tempo weiterverkaufen, dann werden sie schon in der nächsten Woche keine mehr haben. Während die ungefähr 750 Millionen Dollar an Bitcoin, die sie noch haben, zwar keine kleine Menge sind, aber selbst wenn die alle an einem Tag verkaufen würden, dann hätte das keine allzu großen Auswirkungen. Tatsächlich wird es jetzt nicht mal überraschend sein, wenn wir sehen sollten, dass wir nach dem Verkauf erst einmal einen richtig schönen bullischen Katalysator sehen würden. Dann, was Mt. Gox angeht, ist die Vorstellung, dass rund 140.000 Bitcoin, die sie halten, alle zur gleichen Zeit verkauft werden und einen massiven Crash verursachen. Das ist nicht korrekt. Von der Gesamtmenge an Bitcoin, die sie besitzen, werden ungefähr 95.000 Bitcoin innerhalb der nächsten drei Monate verteilt, wobei davon auch ein Teil an Fonds geht, die Forderungen gekauft haben, ein Teil geht in andere Konkursverfahren und etwa 65.000 Bitcoin, die gehen an einzelne Gläubiger. Dabei sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass dieses Ereignis weniger Auswirkungen hat, als die Märkte erwarten. Erstens werden diese Coins nicht alle zur gleichen Zeit verteilt, so dass die Verkäufe sich so oder so verteilen werden und weniger dramatische Auswirkungen haben. Zweitens waren die Menschen, die Bitcoin erhalten, frühe Anwender, da Mt. Gox bereits 2014 gehackt worden ist. Diese Leute waren also schon gezwungen, jahrelange Konkursverfahren durchzustehen, wirklich jahrelang. Deshalb ist es nicht ganz so verrückt zu glauben, dass sie vielleicht doch nicht alle Bitcoin an einem Tag abstoßen werden, also wenn sie die bekommen werden. Mit all dem im Hinterkopf denke ich, dass es ziemlich klar ist, dass obwohl die Sachen momentan relativ schlecht aussehen und Bitcoin nach unten geht und wichtige Unterstützungslevel testet, viele Altcoins auch in den letzten Monaten Riesen-Crashes gehabt haben, das trotzdem der Rest des Jahres eine Menge bullischer Katalysatoren für Krypto breithält. Einer der besten Gelegenheiten für Krypto, die kommen immer in Zeiten, wenn die Leute Angst haben, wenn ihnen Panik geraten und das ist in letzter Zeit passiert. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video.